jawohl servus und hab die Ehre wieder einmal zu einem Einblick ins pure Landleben aus dem Kram Willi, jawohl, heute mal wieder ein Video natürlich zu den Mechölner Henner, jawohl, viel warten schon drauf, wie schaut es aus, wie schauen die Lumpen aus, mittlerweile sind es 37 Tage alt, also ein guter Monat, fast 37 Tage sind die Lumpen alt und jetzt wenn ihr das Video noch seht, dann schaut euch mal an, wie starm ich die beinahe sind, hätte ich nicht geglaubt, also sind gut beinahe, meiner Meinung nach, was sagt ihr dazu, schreibt es einmal in die Kommentare rein, sind sie gut beinahe, sind sie schlecht beinahe, und das würde mich interessieren, in diesem Stadium, 37 Tage, ein Sald, und jetzt wird es ganz schön eng da drinnen in diesem kleinen Häuserl, in diesem kleinen Gehege, weil die sind ganz schön aus dem Auge gegangen und in den Teich gegangen, und ja, da muss ein neuer Stall her, da bin ich gerade am Bauern dran, ich baue gerade ein neuer Stall, für die Lumpen, und dann, wenn es so weit ist, wenn der große Umzug naht, dann sind sie live dabei, wenn ein neuer Stall eingeweiht wird, und wenn die Mechölner umziehen dürfen, ja, ja, ich habe es, ja, in diesem Gehege drinnen gehalten, aber auch immer pro Tag, wenn es wieder relativ schön war, immer wieder essen da, auch in einem Freilandgehege, das war auch, was ihnen total geaugt hat, weil da können sie einen Graszupfer, da können sie einen Löwenzahn zupfen, da können sie ein bisschen umeinander schauen, da habe ich dann einen Sand eingestellt, da können sie sich dann Sandboden drinnen, also ein Mann frei, und der zwei Stall, also der innen und der außen, der wird jetzt, wie gesagt, langsam auf sich jetzt eng, und da wird es Zeit, dass wir da was Neues bauen, und da bin ich gerade dabei, und schaut gut aus, dass ein paar Vierte werden, und dann haben sie wieder mehr Platz, jawohl, ich würde auch sagen, reden wir nicht lange übereinander, schauen wir es uns einmal an, weil sie auch schauen, die Mechölner Küken, ja, Küken sind sie fast nicht mehr, das sind schon ganz schöne Brackeln, und dann, das würde ich sagen, viel Spaß dabei, ich wünsche euch viel Spaß, wenn euch meine Videos gefallen, im Voraus schon, ist auch nicht mehr viel dazu, schaut es euch einfach an, die Mechölner, wenn euch meine Videos gefallen, bewirkt es sich positiv, und abonniert den Kanal, weil nur wenn ihr ihn abonniert, kriegt es auch die nächsten Videos vorgeschlagen, und verpasst es kein Video mehr, das ist doch ein ganzer Gewand, das sagt auch das, oder, und kosten, kosten tut es auch nichts, jawohl, also, wie gesagt, viel Spaß dabei, weil die Mechölner 37 da holt, Film ab! Ja, was seid ihr, was macht ihr hier, drinnen gibt es das Essen, und mit Oli drin? Und mit Oli drin? und mit Oli drin? Ja, was geht's! Und mit Oli drin? Ja, va, und Leit? Ja, was ich noch nie, ja. Und mit Oli drin? Ja, was ist so, wie gesagt, wir hier apa, wie gesagt, Was ist das? Ja, danke. Alles, was ich an, wenn ich? Ich meine, ich kann mich nicht mal beruf, und von dir, ich kann mich einfach diese Geräusche oder five. Oh, das ist das hier, eigentlich nicht mehr zu Hause? Ja, weiß ich nicht mehr oder was? Ich kann mich nicht mehr zu Hause nicht. Ja, ich könnte jetzt mit Oli drin? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020